Ich grüße dich mein Engel. Heute komme ich mal bei dir in den Fernseher, was los ist, was gehen darf, wo du dich wieder kompletter fühlst, kleiner Schatz. Du fühlst dich ziemlich komisch durcheinander, weißt nicht wo vorne und wo hinten ist und irgendwie passt für dich irgendwas in deinem Feld, in deinem Körper nicht richtig zusammen. Das setzen wir jetzt mal zusammen kleine Schatzi Maus. Ich werde nicht viel sagen, weil es ist nicht wichtig, dass du es weißt, sondern es ist wichtig, dass du dich besser fühlst und dich wieder kompletter und vollkommener annehmen kannst, als die kleine Wundermaus, die du bist. Zu viel bewertest du dich, zu viel sagst du dir, ich bin da nicht richtig, da nicht gut, da bin ich schlecht. Schatzi, du bist perfekt so wie der große Allvater, sprich Gott, dich erschaffen hat. Du bist Perfektion pur. Du bist Licht, du bist Leuchten und du bist Schönheit. Und wir setzen jetzt mal alles bei dir wieder an den richtigen Platz, damit du dich mit dir wieder wohlfühlst und dich annehmen kannst. Okay? Dann gucke ich mal, was ich jetzt für dich machen kann. Du kannst, wenn du willst, nebenbei ein bisschen malen. Das ist völlig in Ordnung für mich. Ich sende jetzt einfach nur mal ganz magische Energien zu dir, Engelchen. Halleluja. 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 Ich setze jetzt alles nur wieder zusammen. Du malst einfach weiter oder was du machen möchtest, so dass du zuhörst. Haleluja. Im Moment. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Halleluja. 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 du bist nicht für deine mami verantwortlich du bist für dich verantwortlich damit du glücklich bist Halleluja Ja. Halleluja, prima, hat sich schon schön viel verändert um dich herum Engelchen. Halleluja, Halleluja, sehr schön Engelchen. Halleluja, Halleluja, sehr schön. Halleluja, Halleluja. Das war kurz und knackig, was erwartet man noch von so einem süßen Kleinmäuschen? Da ist noch nicht so viel. Ich umarme dich ganz doll und schau mal, wie du die Welt jetzt siehst und erkennst. Was hat sich denn für dich jetzt verändert? Was fühlst du jetzt anders? Was siehst du anders? Ich drück dich ganz, ganz, ganz doll Engelchen. Mach's gut! Mach's gut! Mach's gut! Mach's gut! Mach's gut!